hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video heute bei uns auf dem kanal wir haben heute was ganz verrücktes ausprobiert und zwar habe ich heute ruby einmal mit knotenhalfter geritten ja das erste mal dass ich sowas gemacht habe also ich bin ja schon gebisslos geritten ich bin schon mal eine heckemoor geritten und auch habe ich ja auch eine gebisslose trense aber am knotenhalfter war jetzt mal was ganz neues ich habe versucht mich so ein bisschen einzufimmeln ich weiß nicht ob es genau funktioniert hat richtig weil es war eine sehr schwere kombination zwischen lang lassen aber trotzdem genug druck auf dem zügel haben oder muss ich doch kürzer nehmen also ich bin noch nicht so hundertprozentig hinter das system also dahinter gestiegen aber ich möchte euch dennoch mal bilder zeigen wie das heute bei uns ausgesehen hat also verzeiht mir wenn das nicht perfekt ist aber auch wir haben quasi heute damit angefangen und ich wünsche euch jetzt erstmal viel spaß mit dem video und falls ihr tipps habt könnt ihr das sehr gerne einfach in die kommentare schreiben und dann und dann Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.